Und damit herzlich willkommen hier zu einem kleinen Infovideo hier auf dem Kanal. Ich fahr's kurz und bündig heute, Sonntag dürfte das sein. Ich bin ab morgen Montag, dem 2.2.2015 beim Zivildienst. Der geht bis, lasst mich nachschauen, 31.10.2015, also jetzt von Februar bis Ende Oktober. Und ich habe aktuell noch überhaupt keine Ahnung, wie die Zeiteinteilung ausschaut, wann was wie passiert. Und deswegen wollte ich euch nur mal ein kurzes Update geben, dass es sein kann, dass in nächster Zeit die Videofrequenz wahrscheinlich runtergehen wird. Ich werde es natürlich versuchen, so gut wie möglich trotzdem zu erhalten. Genau Informationen kann ich hoffentlich am 7. oder 8.2. geben, also in einer Woche, Samstag oder Sonntag. Ich weiß es nicht genau, muss ich zugeben. Und ja, Samstags und Sonntags folgen, also Hitman Absolution, habe ich noch. Lasst mich überlegen, hier müsste noch irgendwo die Liste sein. Hitman Absolution läuft genau bis 12. April, also die Folgen kommen sicher. Und das andere, lasst mich kurz nachschauen, das noch als geheim gelistet auf der Webseite ist, was mit 7.2. anfängt. Das läuft auch noch bis 2. Mai, nur damit ihr das wisst. Die beiden Projekte sind komplett aufgenommen und schon hochgeladen. Die kommen also sicher, also Samstag, Sonntags. Und Feedbeast Staffel 5 geht jetzt noch bis Dienstag, wobei ich da auch vielleicht noch zum Aufnehmen komme. Dann dürfte es auch länger gehen. Und der Crew kommt meines Wissens noch, lass mich überlegen, bis Donnerstag, genau. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ich da noch zum Aufnehmen komme. Und da das Video jetzt nicht ewig lang werden soll, höre ich jetzt mal auf. Und wir sehen uns dann in einer Woche wieder zu einem weiteren Update. Bis dann.